Wissen Sie eigentlich, wie es Ihren Maschinen geht? Zum Beispiel, ob einzelne Maschinenkomponenten bereits Verschleißerscheinungen zeigen? Im laufenden Betrieb ist es kaum möglich, das herauszufinden. Es sei denn, Sie nutzen Predictive Services von Siemens, mit denen Sie quasi in die Zukunft schauen können und wissen, was passieren wird. Wann eine Maschine stillstehen wird, weil ein bestimmtes Teil ausfällt. Dann können Sie Wartungsarbeiten durchführen, so wie es für Ihre Produktion am besten ist. Möglich wird diese Vorhersage, weil wir Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz mit dem umfangreichen Know-how unserer Serviceexperten kombinieren. Dies bieten wir speziell zugeschnitten für die Anforderungen unterschiedlicher Branchen an. Zum Beispiel für Automotive, Electronics, Food & Beverage, Battery oder Tire. Predictive Services sind Teil der Services for the Digital Enterprise, mit denen unsere Digitalisierungsexperten Sie bei der digitalen Transformation Ihres Unternehmens unterstützen. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine individuelle Digitalisierungsstrategie für Ihr Unternehmen. Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der die drei Schritte Consulting, Implementation und Optimization umfasst. Predictive Services gliedern sich in diesem Ansatz mit drei Modulen nahtlos ein. Im Modul Assessment bewerten unsere Experten zusammen mit Ihnen die aktuelle Situation am Standort. Wichtige Punkte sind dabei Maschinendaten, Automatisierungshardware, Netzwerksituation und vieles mehr. Diese Bewertung ist die Grundlage für die Erstellung eines detaillierten Connectivity-Konzepts. Im Modul Connectivity setzen wir dieses Konzept in die Praxis um und installieren die nötigen Sensoren, so wie Soft und Hardware, um die benötigen Daten zu erfassen. Damit diese korrekt zur Analyse unvermittelt werden können, richten wir Edge- oder Cloud-Anbindungen ein, je nachdem, was Sie bevorzugen. Im Modul Analytics werden unsere Experten die gesammelten Daten aus und liefern aussagekräftige Berichte über den Zustand Ihrer Anlage und mögliche Fehlerursachen. Damit das bei den wachsenden Datenmengen schneller und präziser geht, nutzen wir künstliche Intelligenz, durch die wir noch zuverlässigere Vorhersagen treffen können als zuvor, wann Probleme auftreten werden. Oder kurz gesagt, das Leben steckt voller Überraschungen, Ihre Maschine nicht. Mit unseren Predictive Services können Sie die Anlagenverfügbarkeit steigern, die Produktqualität verbessern, Wartungsarbeiten besser planen und Produktionsstillstände reduzieren. Kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie gerne. wir sehen uns, 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 Untertitelung des ZDF, 2020